Ich möchte dir mal was fragen. Hast du das Gefühl, dein Leben besteht eher aus Kampf, also aus Kämpfen, aus mühevollem Tun? Oder hast du das Gefühl, dein Leben ist eine spielerische Geschichte? Die Dinge passieren alle fliessend und leicht. Die Dinge kommen einfach auf dich zu. Für die meisten Menschen besteht das Leben auf alle Fälle aus Kampf. Das sieht man schon, wenn man in ihr Gesicht schaut. Das ist so richtig ein ganz angestrengtes Gesicht. Und viele haben wirklich das Gefühl, sie müssen kämpfen. Für die Dinge oder gegen die Dinge. Ganz unterschiedlich. Und was haben die Rodel und die Schieder mitzutun? Das schauen wir uns jetzt an. Weil wenn dir das nächste Mal jemand erzählt, das Leben ist schwierig, das Leben ist hart, man muss kämpfen, damit man zu etwas kommt. Seid einfach von Natur aus skeptisch und sag einfach, vielleicht ist das nur deine Wahrheit. Aber vielleicht ist das nicht die allgemeingültige Wahrheit. Weil Menschen, die glauben, das Leben ist ein Kampf, die kämpfen natürlich. Und sie ziehen aufgrund dem Gesetz der Resonanz natürlich alles an, so dass es kompliziert ist und dass man eben kämpfen muss. Aber grundsätzlich in der Natur findet Kampf nicht statt. Das Leben passiert unheimlich fliessend und unheimlich im Einklang mit den Dingen. So, was haben jetzt die Ski- und die Rodel damit zu tun? Also wenn man auf der Skipiste schaut, dann sieht man 99 Prozent der Skifahrer, die gehen, kämpfen. Und zwar gegen was? Gegen die Einfachheit. Wenn man gut Skifahren kann, dann weiß man natürlich, dass es wichtig ist, dass man einen Ski richtig belastet. Und zwar, schaut euch das einmal an, wenn du den Ski richtig belastest, nachher hättest du am Außenski, sagen wir jetzt einmal den Außenski, du willst schon eine Linkskurve machen und du würdest nachher rechts belasten, dann hättest du am Außenski, was? Du siehst, gell, eine Kurve. Und zwar der Ski wird das Ganze für selber machen. Du musst nur oben mit dem Gewicht spielen. Nachher macht der Ski unten das Ganze für selber. Und du weißt, was die Krux ist? 95 Prozent vom Skifahren besteht aus Angstfreiheit, aus Offensein, aus Zuversicht, auf Vertrauen, auf das Freisein von Angst. Und fünf Prozent vom Skifahren besteht aus Technik. Wenn ich weiß, wie ich den Ski richtig belasten muss und wie ich draufstehen muss im Hang oder beim Kurzschwingen oder beim langen Schwungen ziehen, dann macht der Ski alles für mich selber. Ich muss nur richtig belasten. Schau mal, der macht das genauso wie auf dieser Seite. Ganz genau gleich. Und so sieht man beim Skifahren, eigentlich braucht man ganz wenig Kraft. Man ist am Abend nicht müde, man ist vielleicht von der Sonne müde, aber müde vom Skifahren ist man eigentlich nicht. Da kann man den ganzen Tag Skifahren, weil der Ski alles für man macht. Und so ist es in der Natur genau gleich. Oder im Leben. Wenn man weiß, wie die Elemente miteinander spielen, zum Beispiel auf Druck voll Gegendruck. Ja, aber wenn ich das weiß, dann mache ich doch nie mehr Druck, oder? Okay, wenn ich weiß, dass das Gesetz der Resonanz alles automatisch anzieht, dann muss ich nur schauen, was ziehe ich an. Oder vielleicht möchte ich ganz andere Dinge anziehen. Und beim Rodeln ist es übrigens genau das Gleiche. Wenn man auf der Rodel sitzt, dann müsste man einfach nur entgegen dem Instinkt sich nicht nach innen liegen, sondern nach außen. Also wenn ich außen belaste die Rodel gleich wie beim Ski, nachher eine gute Rodel brauche ich natürlich, nicht irgendein Plastikrodel, dann macht die Rodel ganz von selber die Kurve. Und das habe ich schon hundertmal getestet. Das ist immer das Gleiche. Du brauchst die Füße fast nicht am Boden und die Rodel macht alles für selber. Weil sie natürlich beweglich ist, jetzt muss ich sie nur noch richtig belasten. Und so ist es im Leben genau gleich. Ich muss nur die Kenntnisse der Naturgesetze haben. Ich muss nur wissen, wie das Leben so grundsätzlich funktioniert. Wo lernen wir jetzt das? Ja genau, im Kindergarten. Nein, im Kindergarten nicht. Ah ja, in der Schule. In welcher Schule? In keiner Schule. Du hast vollkommen recht, wir lernen das sind keine einzige Schule. Wie die Lebens- und Naturgesetze funktionieren und vor allem welche, dass es gibt. Das müssen wir uns alles selber zusammenklaufen. Aber da dafür gibt es diesen Kanal. Da geht es um diese Dinge, um die Leichtigkeit, um die Leichtigkeit die Dinge zu schaffen, um die Leichtigkeit im Alltag und mit Situationen anders, leichter und besser umzugehen. Also wissen wir jetzt, ich brauche eigentlich nur 5% Energie, Aufwand, um mein Leben zu gestalten. Erfolgreich zu gestalten. Und wenn dir wieder einmal jemand sagt, das Leben ist ein Kampf, du musst viel tun, damit du zu etwas kommst, dann denk dir einfach, wenn das für dich so ist, für mich ist es nicht so. Und damit wünsche ich dir viel Spass in deinem Leben, in deinem Alltag. Wir sechen uns, ich freue mich schon, bis zum nächsten Mal. Servus, bitte.